Willkommen bei Gliwa. Mein Name ist Peter Gliwa, Gründer und Geschäftsführer der Gliwa GmbH. Seit über zehn Jahren beschäftigen wir uns mit Dienstleistungen und Produkten rund um das Thema Timing. Das heißt, wir stellen sicher, dass Ihre Software vom Timing her sauber ist. Das wichtigste Produkt dabei ist T1. T1 muss man sich vorstellen als ein Oszilloskop-ähnliches Werkzeug, das Ihnen jetzt einen Einblick in Ihre Software erlaubt. Nicht nur auf oberer Ebene von TASM und InShop, sondern auch wirklich bis ins letzte Detail können Sie in Ihre Software hineinschauen. Also, das ist wirklich faszinierend. Sie können zum Beispiel im Source-Code-Browser wirklich einfach einzelne Codeabschnitte markieren und sehen sofort Netto-Laufzeiten, CPU-Auslastung und so weiter zu diesem gerade selektierten Teil. Unsere Kunden, vornehmlich Tier-1s und OEMs aus dem Automobilbereich, setzen in über 120 Serienprojekten T1 seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ein. Und, das macht uns auch schon ein bisschen stolz, empfehlen T1 weiter, sodass das wirklich die wichtigste Quelle ist an Informationen, die da weitergegeben wird. Und, also, Mund-zu-Mund-Propaganda ist da ganz wichtig und die gute Erfahrung. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Timing ganz generell haben wollen, empfehle ich Ihnen unser Timing-Poster. Darauf fassen wir wirklich einen Einstieg in das Thema Timing-Analyse, Embedded Software zusammen, auf einem Stück Papier, kostenlos zum Download, auf unserer Website. Oder wir schicken Ihnen auch gerne Ihr Exemplar zu. Vielen Dank!